Du musst immer genau wissen, was du tust. Das ist dabei das Wichtigste. Wenn der Moment kommt, wo du so einen kleinen Rückzieher machst, dann ist es am gescheitsten. Du schnallst ab und gehst ab. Das ist eine Gratwanderung. Da hast du die richtige Balance finden, dass du das genau auf den Punkt bringst und du dir das vornimmst. Du piebst und kommst, du hast die Stecken drüber und dann stürzt sie. Streif from hell of a right. Ab 25. Dezember im Kino.